Das kommende Album von Kraftklub trägt den Titel Cargo. Das Album erscheint voraussichtlich am 23. September über das Label Vertigo Berlin. Alle weiteren Informationen zu dieser Veröffentlichung, die Vorbestellungslinks und die Titelliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.